Was geht ab? Ich bin's wieder, euer Christoph. Ich bin auf dem Affenjag. Ähm, hier ist einer. Das müssen ganz leise sein. Das ist echt cool hier. Da oben. Da oben ist auch noch einer. So eine Karotte. Oh, richtig cool. Das war's jetzt schon generell. Oh mein Gott. So, gehen wir weiter. Hinter euch. Hinter euch ist ein Affenjagd. Der ist gerade auf die Schlage ran geladen. Warte. Ein Meter Abstand. Du kriegst ein Meter Abstand. Toll.